Stellen Sie Ihren Prüfern in der Präsentationsprüfung Handzettel zur Verfügung. Diese Aufgabe können Sie recht einfach aus Microsoft PowerPoint heraus erledigen. Öffnen Sie Ihre Präsentation und gehen Sie auf Datei, Speichern und Senden. Wählen Sie den Menüpunkt Handzettel erstellen. Klicken Sie auf Handzettel erstellen und Sie bekommen folgende Vorlage. Für Ihre Prüfer würde es sich anbieten, dass Sie leere Linien neben den Folien erzeugen. Dort können sich die Prüfer dann Notiz machen. Klicken Sie also auf diesen Menüpunkt und auf Einfügen. Sollten Sie an der Präsentation noch arbeiten und die Handzettel trotzdem schon erstellen wollen, wählen Sie Verknüpfung einfügen. Das würde bedeuten, jedes Mal, wenn Sie Ihre Präsentation ändern, würde sich automatisch Ihr Handzettel ändern. Klicken Sie anschließend auf OK. Es öffnet sich nun Microsoft Word. Dieser Vorgang kann natürlich etwas länger dauern, je nachdem, wie groß Ihre Präsentation ist. Und schon sind Ihre Handzettel fertig. Klicken Sie nun zur optischen Gestaltung auf Einfügen, Kopfzeile und Kopfzeile bearbeiten. Tragen Sie in der Kopfzeile Ihr Präsentationsthema ein. Und den Namen des Prüflings. Dies können Sie selbstverständlich noch formatieren und in der Schriftgröße verändern. Wechseln Sie nun zur Fußzeile. Fügen Sie in die Fußzeile die Seitenzahl ein. Einfügen Seitenzahlen. Wählen Sie hierbei Seite 1 von 1. Richten Sie die Seitenzahl rechtsbündig aus und verlassen Sie diese Ansicht wieder. Sie sehen jetzt, auf jeder Seite taucht sowohl das Präsentationsthema, Ihr Name und diese entsprechende Seitenzahl auf. Diese Datei können Sie nun speichern zu Ihrer Präsentation und für Ihre Prüfer entsprechend ausdrucken. Für Sie selbst können Sie das Notizfeld nutzen. Sie haben jetzt die Möglichkeit unter Datei, Senden, Handzettel erstellen. Können Sie Ihre Notizen neben den Folien einfügen. Sie erhalten in dem Fall ein Dokument, in dem sämtliche relevanten Notizen nehmen, die in einzelnen Folien aufgelistet sind. Diese Seite können Sie nun mitnehmen in die entsprechende Prüfung und haben Ihre Notizen immer dabei. Bis zum nächsten Mal.